Hallöchen, heute spielen wir Level 4 der Welttrain. Ich zeige euch einfach, wie ihr es mit einem Zug schafft. Es sieht zwar ein bisschen kompliziert aus, aber wenn man ein wenig guckt, sieht man sofort, denke ich, welche Box man bewegen muss. Ich nehme einfach mal die Box hier und ziehe sie eins nach unten. Und schon seht ihr, haben wir das Level geschafft. Im nächsten Video zeige ich euch Level 5. Bis dahin, haut rein!